Hi Leute, heute einmal zu einem LOL der anderen Art, denn Darius, Ricula, Glarandia und ich, hallo übrigens, wir wurden herausgefordert, oder besser gesagt, haben ein Spiel angenommen, ein Freispiel, das ich jetzt erstellen werde. Team Größe 4, Spiele frei Wahl. So, Spiel erstellen. So, einladen, dann lade ich euch mal ein. Genau, wir ballern nämlich, Entschuldigung, jetzt habe ich voll gegen das Mikro geschlagen. So, und dabei ist der Let's Fetz, der schon mal kurz erwähnt, dabei war. Ich gemaskele. So, ihr müsstet irgendwie Team Xen, genau. Ja, der Let's Fetz muss in die andere Richtung. So ist er schon. Oh mein Gott, was haben wir uns da angetan. So, hier. Alter, der ist Gold 3, was geht mit dem ab? Nein, ich habe mich schon... Der heißt nicht Let's Fetz, der heißt L3, F3, Z. L3, TZ, L3, TZ. Ja. Das ist mir schon wieder zu hoch. so ich habe bereits geschrieben du kannst schon einladen so dass gleich drei seine freunde ein und dann spielen wir ein kleines 4 gegen 4 in der kluft der beschwöre ich glaube der ein bisschen ja ich glaube ich habe doch selber auch in der liste oder kokaya habe ich in der liste den gerät habe ich in der liste zing habe ich nicht in der liste wir werden verlieren so habe ich das gefühl ach du scheiße wir spielen gegen eine goldmannschaft halle gold okay dann würde ich sagen starten wir mal das spiel bist du behindert mit einer schneekugel so also ich nehme jetzt die jona oder soll ich zix nehmen und zwar schon wenn ich gedanken mache darüber was wir spielen voll die bombo kombo auf arom gewesen aber ja ja jetzt haben wir keinen scheiß wir müssen gewinnen das ist peinlich weil sonst muss der bären das geilste ist ich bin der einzige der wo es fast nie sagt und den ich nicht klatschen könnte er das sagen würde genau weil ich lebe nämlich er weiß ja nicht ob ich zu hause bin ich bin gerade bei einem freund im keller der wo abhörsicher ist und da wo die ip über die ganze welt geschickt wird ich frage mich jetzt was die nehmen werden ich habe einen bonker mit einem ich spiele in die schrift legends über toa browser das bezweifle ich dann doch stark ich habe einen ping von fünf millionen oh scheiße das ist ja gar nicht mal so gut eigentlich bei mir fängt es an nichts bei euch aufhört ok das spiel startet dann sehen wir uns gleich im ladebildschirm ich will nie ich finde den namen richtig koko jaja der ist toll koko jaja koko jaja der ist toll ah der lustig oh Gott das wird sein scheiß jetzt ja oh ja ach du scheiße wir scheißen sowas von ab ich spiel gegen Ezreal Darius, Yawan, Ezreal und Syndra aua aber die haben auch keinen jungler oh man ja was wird denn das jetzt machen die doppeltop keine ahnung schaut so aus doppeltop doppeltop für den Doppelkopf und brech mal unten wenigstens durch und sie machen Yawan Darius Spot keine ahnung was du hast den scheiß im Kopf oder wer wer von euch will denn mal vorstellen die champions ich hab vorhin ich auch schon ich auch ok dann mach ich halt mal ok let's fett spielt Yawan 4 den gerät spielt Darius Single spielt Ezreal und die der der Koko Yaya spielt die Syndra also bei mir spielt Single keine Verbindung bei mir schon bei mir lädt er auch ganz mal bei mir geht's los auf einmal fertig Darius spielt Six, Lahandir, die Jinx das ist der gar nicht die neue Karte Ricolat spielt Pantheon und ich spiele natürlich die Leona fuck was hab ich hier nochmal genommen fuck scheiß ich bin überfordert was hab ich hier mal genommen oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich muss auch gerade ein bisschen überlegen oh shit oh shit ich bin hier oh 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 das geht so in die Hose da ist es okay ich hab's geht ich hab's äh äh wir sollten bei Rot und Blau jeweils starten also äh das Mütze und also Darius und Ricolat ihr solltet vielleicht bei Blau starten und den holen und wir holen uns vielleicht rot glaubt ihr das wäre eine gute Idee weiß nicht Gott sei denn mit dir ich weiß auch nicht ob das eine gute Idee ist ich muss sagen Zix hat für ihn geantwortet der gerade so ich bin schon wett glaubst du lachen dir wir schaffen dies zu zweit ich weiß es nicht guck mal ich hab jetzt mal nichts dazu da haben wir an der Dd nichts mehr in der Hälfte ich werde ich voller hier niemanden k k k ich weiß nicht was wir auf dem YouTube-Kanal haben was ich weiß nicht ob das jetzt so eine gute Idee ist glaubt ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist wenn ich so stoff starten ich finde es auch keine Sussi D-Wenn geben ja okay gehen wir gehen wir auf die Lanes gehen wir auf die Lanes die Lanes viel zu wenig Schaden machen wir werden aber richtig richtig scheiße aber wir sollten sie uns schnell holen ich bin noch niemanden aber ich hab's Gefühl bei mir sind letztlich nicht helfen müssen ich hab's gemacht ich wusste da sind sie bei mir sind Darius und ist real oh Gott ich hasse das ich will eigentlich gar nicht spielen wozu hat uns der Wind dann überwiegelt schon eh ich hab Angst aber das Gute ist es gibt keinen Jungler ah stimmt es gibt keinen Jungler die Sonne geht immer wieder auf die Sonne geht immer wieder auf ah der kriegt mich im erstes Single der kräft mich da und an ah das war ein Fail auserwählte der Sonne das war ein Fail ja ahah nichts gibt's es gibtes Blut nichts gibt's ja okay ich will es ich will es wir müssten eigentlich erstmal auf Ezreal gehen Mama, ich hab Angst Die wussten genau, dass wir Noobs sind Deswegen muss der Windein jetzt voll und alles Ja, ich hab jetzt mal Potential Zum Glück hab ich dir grad Ding gegeben Der Darius hat sich lauter Heiltränke gekauft Ah! Oh Scheiße Danke, ich hab Angst Darius portet sich zurück Und ich kann nicht Müsste aber Oh, ich muss mich zurück porten Darius bleibt und ich kann nichts machen Booyah Wir sind so schlecht, wir sind so kacke Ich hab Angst Ich reiß mir den Arsch auf, Mann Nein, ich wurde getötet Ja, Mann SS Alle SS Der SS ist auch weg Der SS-Real holt sich wahrscheinlich gerade unseren Rot Man kommt nur von hinten und bumst nicht Ich hab Angst Ich darf nicht fallen Und dann jetzt kommt es nicht weg Ich schau mal bei Rot nach oder soll ich schauen? Ich schau mal Ich darf schon Zu mir Fuck, ich bin wohl langsam Ist noch da Okay Ich glaube, wir sollten ihn jetzt noch nicht holen Glaub ich auch Aber die haben jetzt einen großen Vorteil, Bot und Top glaube ich auch, oder? Die schaut's denn Top aus? Überall Naja, eigentlich grad ganz gut Okay Vielleicht der nicht doch Heimerdinger spielen soll, willst Das ist schon auch ne Idee gewesen, ne Das ist schon auch ne Idee gewesen, ne Letzte Drampere, das, äh, kann man ja mal spielen lassen müssen So fast Oh, jetzt wenn ich mich geportet hätte, das wär... Man, die spielen wieder voll aggressiv hier Ich will eher den Chill-Spieler hier Versuche auf Esreal zu gehen Klariniert Immer auf Esreal schießen, nicht auf Darius Hier ist auch den, der gerade am nächsten ist Guck, dann passiert das Geh zurück, geh zurück Ich hab dem die Falle da gelassen Ja Oh, ich hab lags, ich hab lags Die Portring mal zurück Was? Scheiße Der hat gesagt, ich port mich zurück Hast du dir keine Healtrinke gekauft? Erst essen Mit was für ne Kohle, bitteschön Man, der Esreal wird so gefeedet grad Hehe, die werden alle gefeedet Oh, yeah Mein Yavon hat schon 32 Kiss Hehehe Die Syndra hat 44 Kiss Ich 22 Ich hab sogar meine beiden die Hälfte von... Schon wieder lags Ein schlechter, äh... Blast-Verlierer? Immer wachsam Hast du mir wieder gesagt, hehehe Nene, ne 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 Videos wie ich montan auf dem Kanal überlegt Was, dass ich ein schlechter Verlierer bin? Ja Ja, bin ich auch Aber ich hab kein Mana mehr Ja, alle wissen, äh... Bin gestorben Ich hab schon wieder lags Was soll der Mist? So, jetzt habe ich endlich das hier. Jetzt kann ich mir die Laufstiefel kaufen als nächstes. Mal ein bisschen hier ins Nichts gehen oder mal da rein ein bisschen. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich einen Index mehr. Ach komm, das kann doch nicht sein, ey. Hauptsache, das ist genau zugewiesen, dass die Tome nicht angeschossen hat. Ich glaube, die kennen jeden Zentimeter, die wissen ganz genau, wo der Turm aufhört, ey. Wahrscheinlich. Ich habe schon wieder lag, was soll das? Ich habe 11,4, jetzt habe ich 40. Immer lag. Komm, zu wenigstens ein bisschen in Schach halten und was nicht allzu viel leben. Ich habe meinen Wurf vergessen. Ich muss mal einen Kinken verkaufen. Ich habe Eisrael. Ja, Eisrael angreifen, was sonst? Jetzt kommt der Flame. Zurück, zurück. Hauptsache, du magst es und ich bin schon so weit hinten und du freutest dich auch noch hin. Runter! Bist. Du hast schon das... Ich habe Lex. Auf Darius, auf Darius. Jawohl. Tötet. Er ist übrigens bei mir oben. Okay. Komm schon, da ran dir. Nein, nicht weiter, nicht weiter. Ich bin doch schon weg. Oh, fuck. Immer zurück, ja, komm, Anna. Die haben da einen Wurf drin, das ist für mich nicht nett. Ich gehe kurz zurück, ja. Ich glaube, ich sollte auch zurückgehen. Mach erst mal die Minions so weit, Blatt. Ne, 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 ne. Das ist scheißegal. Unsere haben sowieso mehr Leben. Das ist scheißegal. Lieber gehe ich zurück und kaufe mir ein paar Sachen. So, die sind jetzt normal, normal, normal und magisch. Dann werde ich mir ein Item für Magier-Resistenz kaufen und der Rest, äh, durchs Low. Ich werde euch ein Beschiedener verfällt in Blut rauschen. Fieder. Fick dich, oh ne Scheiß. Leute, wird noch einer begewaltig. Rund. Na, die will was von dem Lrich. Ja, ich bin hinter dir. Na, scheiße. Ein Verbündiger, klar. Ich glaube, also, die gehen, wir sind ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, wir werden verlohn. Arschlecken, ich bin her. Ah, verdammt. Wir hätten fast Darius gekillt. Und damit war ich nicht Darius. Der Tür und der Zurm fällt. so ich darf nicht fallen so konzentriert bei diesem neuen beschwöresymbol von Esri halt denke ich jedes Mal das ist Sainz oder Simsstunde wie er irgendwie scheißt unser Turm ist hin der jedes Mal er ist es Darius ich hätte gerne mit dir bot gespielt ich habe ich habe ihn S real bleib zurück bleib nicht du darfst nicht in Darius Reichweite gehen zurück 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 ich bin halt so ein Premium-Bot ADC-Spieler jetzt auf scheiße na komm mal wer hat der das jetzt angestellt keine Ahnung du darfst niemals in die Reichweite von Darius gehen niemals ausfiege ich dich da kommt einer ich ficke mich den Gerät komm 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 ich kann ja nicht helfen ja ich würde abhauen ich habe es dir gesagt ich will ihn nicht mehr gewinnen ich habe es dir gesagt ich will ihn nicht mehr gewinnen ich habe es auch nicht mehr zu gewinnen natürlich schaffen wir das wir müssen besser spielen nein aber nicht weil der Yawa nicht schon alleine ausspielen und das schon von Anfang an das ist unmöglich wir spielen ungefähr jeden Tag und wie sollst du das aufholen das ist unmöglich ich habe dir gerade mit voller Kanne den Arsch gerettet ich hatte meine Raketen ich hätte ihn schon geknüllt ach mein Turm ist hin ja unser auch nach dir, geh besser zurück oh mein Gott, der ist ausgeworfen aber deswegen steht er wahrscheinlich so drauf was ist es bei mir? hm, ist es? ah, du hast sie gefunden da ist sie der Gegner hat einen Turm zerstört ok, jetzt ist auf jeder Lane ein Turm bei mir ist auch SS, es ist wie Darius die ist nicht, wie er mich einfach zerpflügt hat ohne Probleme ich hab keinen Bock passt ja auf aber die sind irgendwie alle SS die sind irgendwie alle besser SS auch bei mir das ist real SS real oh, hinter dir hinter dir hinter dir komm, greif ihn an mach ihn fertig SS jetzt gehen wir auf SS real drauf was kommt denn da von hinten an? ich bin aus dem Schneider ich komm, ich komm, ich komm, ich komm bleib, 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 bleib ja aha mompels oh jetzt kommen gleich die anderen zu draußen sag ich ja, Mann, der fehlt auch noch, ja? ja, Mann, der erste aber ich hau jetzt ab also die Adam Strecke wäre mir ein bisschen lieber gewesen ja es dauert wenigstens nicht so lang ich fick ihn jetzt dafür wirst du ich fick ihn jetzt gefotzt wie hinter wieso? der Forscher kam von Let's Fats zu mir wissen wir auch wieso ja jetzt wissen wir wieso ein Gegner verfällt er hat mir sogar eine Chance gegeben und dann hat er mir nicht mehr weg stehen gelassen er hat doch gesagt, er geht zurück ah, ich hab schon wieder mein Wort vergessen ich fick ihn nicht da ist ja Mann auf Darius hochmäßig auch noch ha ha Nikola hat die Gnoman erst erweitert bisschen zurück ha 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 genau die wir wahrscheinlich schauen die sich das alle an und denken sie hi 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 get trolled get trolled wir könnten echt trollen da ist Jabon Achtung, Achtung ich hab gedacht, wir machen das schon ganz da kommen wir zu Etoon ja na Tom so ein weniger ist nicht aufzuhalten mal zu dir oh verdammt da kommt die sind ja ich wusste nicht dass sie von da kommt ich dachte sie kommt über den fluss loki auf die sind ja hallo er hat mich ungefähr gewonnen so wird so einig wird mit dem die wunderschönen auch zum bauern ja genau im ausbilden für 26 die nehmen uns voll auseinander auch mal haben wir schon vor ich bin nicht in meinem lieblingsspiel Eeeh, Eren. Oh, was sind wir los? Ne, ich dachte jetzt. Aber dann. Und dann doch. Verzweifelte Schnellkugel. Okay, du grummst dich mit, dann geh ich mal zurück. Hinter dir ist Yavan. Oh, was war denn? Die sind alle Bots. Nicht mit mir. Ne, die sind nicht alle Bots. Ja, Darius ist noch. Der ist abgehauen. Ne, der ist bei mir. Mein ich ja, vom Bot ist abgehauen. Ich hab irgendwie voll Schiss gerade. Du bildest deine Windearm näher aus. Sehr gut, Sergei. Wieso stehen die eigentlich auf dich, wenn die Gold sind? Was ist los? Keine Ahnung. Schreib das mal in die Kommentare, Nutz-Fetz. Warum magst du Windearm? Ist das... Obwohl wir so scheiße sind. Ist das... Jawohl. Ja, jetzt lass dich Nutz-Fetz mal Gerüchte auseinander gehen. Ja, komm ey. Ja, wir haben mal getrollt. Wir sind die Macht der Sonne. Ich stun ihn gleich. Da ist noch ein Feiner. Ich bin gleich tot. Bin tot. Abhauen. Abhauen. Vor SLA. Vor SLA. Bin unterwegs. Oh. Ja, eins. Jawoll. 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 Lauf, wauf, wauf, wauf. Ich hab nur Heidre geket. Der ist voll schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich vermisse mich mal, bevor irgendein anderer kommt und meinte, der müsste meinen Kinn äh... Was ist das jetzt an? Keine Ahnung. Bom, 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 bom. Da ist Syndra. Alter, was war das? Die hat uns beide gestunt und dich auseinandergenommen. War die Ulti. Fuuuck. Wollt meine Ult grad zünden? Mist. Kriegen wir nicht, wir sollten zurückgehen. Erst müssen sie an mir vorbei. Zurück gehen? Mach erst mal die Linie, ist ja fertig. Mach mir den Sinn, Uke. Aber Kohle. Kohle, 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 Kohle. So, ich setze jetzt hier mal ein Wort... Achtung! Ich hab mein Wort-Item vergessen, das ist es! Ich hab mein Wort-Item noch gar nicht. Achtung, äh, die kommen top wahrscheinlich. Kommen alle überall. Das erste Licht dämmer. Die Syndra ist immer noch bot. Mach jetzt einfach Split, Push und fertig. Wow! Da ist Darius. Ja, genau, die sind überall, Mann. Die Syndra haben wir gerade getötet. Ja. Nur mit Ult. Hey, warum sind bei mir drei? Ich weiß, Darius ist doch top. Da ja und vier ist gerade bot gegangen. Ich geh lieber mal zurück, bevor ich mich komplett bumsen lasse. Mach das! Mach das! Jetzt zurücklaufen. Da kommt so ein Essding. Morgenstund hat Gold in. Schreib mir jetzt irgendwelche Weisheiten auf. Keine Ahnung. Ich ne Minimist, ich fing ja nicht, ich fiste. Haha, oh Mann ey. Ich hab keine Ahnung, wie alt die sind Darius. Nur mal so nebenbei bemerkt, ja? Ich hab keine Ahnung, wie alt die sind. Wollte ich nur mal so ein bisschen jungen zu bemerken. Minder, komm zu mir bitte. Das ist mir scheißegal. Okay, bin unterwegs. Darius und Ezreal drin. Ich brauche dich. Wir sollten eigentlich nur noch zusammen mit... ...hauten. Ich hab meine Crew einfach nicht zünden können. Was? Scheiße. Blutzfell. Da kommt der Darius, du bist tot. Und vorhin wir uns da noch alle. Ich werd grad meine Ult zu dir schmeißen. Auf einmal küllt mich der Darius. Ich geh noch gar nicht erst hier. Ach du Scheiße. Ich schau gar nicht, wo ich hinlaufe. Es spielt der Varus gar nicht mit. Der Darius, du Arsch. So, jetzt hab ich endlich mein Mord-Item. Wir holen uns da für Duster. So, besser. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Und zu langsam ziehen würden. Das ist ein, wie sag ich, ein eingespieltes Team. Ja. Unsere zwei Noobs, die spielen erst seit heute wieder, ey. Stimmt, die haben seit über einem Monat nicht mehr gespielt, Laredi und Riculat. Und läuft bei uns. Jetzt sind sie besser als, äh, ich. Verdammt! Alter, nein! Schass mich! Ey, die Syndra ist denn. Ja, die klatsch ich. Geh weg. Geh weg! Nein, hat mich noch erwischt. Auserwählte der Sonne. Ich setz mal ein paar Worts. Bei Drache und bei Baron auch. Noch nicht mal ein Ding, es geht mal ein Pink. Jetzt ab 2.5, ich bin Gangster. So, noch schnell ein bisschen Geld hier holen. Die Sonne geht immer wieder auf. Wen meint er denn? Ey, warte mal, wenn Drache da ist, dann... Mist, er ist nicht da. Den haben sie schon gekillt. Ja, die sind ja nicht blöd. Ja. Hauen wir den Bot-Turm um. Mhm. Da ist auch grad gar keiner. IH! Euer Team hat einen Turm zerstört. Da komm ich! Auf ihn! Du wirst, was es macht. Zwei sind in der Mitte, aber die seh ich jetzt nicht mehr. Hast du Mord? Da hab ich noch Mord reingeklatscht. Komm wir jetzt hundertprozentig. Wir müssen dann... Ja. Ja, ich komm. Da ist er. Mist. Ja, ich bin das To-Lisa. Ja, ich bin das To-Lisa. Tu was. Alter, die hab ich geültet. Scheiße, ich wollt's grade noch retten. Jawoll. Rikulat, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Okay. Nein. Ich hätte doch lieber abhauen sollen. Du hättest abhauen sollen. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn jemand meine Hilfe braucht, geh ich auch hin und helf ihm. Ich hab deinen Tod verursacht, sorry. Scheiß egal. Ich hab schon neunmal wann anders meine Hilfe verursacht. Okay. Yeah, ich bin unser bester Spieler. So, Katze des Glücks gestreichelt und weiter geht. Du hast die meisten... Nein! Laren, die hat die meisten Kills. Achso, du meinst von den Toten her. Ja, und ich hab die meisten Minions von uns. Okay. Okay. Ich geh lieber zu dir. Ja, wir sollten ab sofort nur noch zusammen rumrennen. Oh, Mann, was war das? Ich hab Israel! Ich auch. Ist der weg? Kann das sein? Oh, der geht auch. Oh, komm. Die Trulla kommt dann nicht. Ah, du hast ihn doch erwischt. Da hab ich ihn kaputtet. Autsch. Warum hat der auch so einen Rund? Ich glaub, das hat er absichtlich gemacht, um mein Ego zu steigern. Ja, wahrscheinlich. Dann will ich das ja auch geben. Wir verlieren so arg. Wir können ja oben eine Rewash mit, äh, nämlich Heimerdinger. Oh, ich bin im Blut drin. Was meinst du? Was ändert das? Dann mach ich auch Schaden. Äh, Mario Heimer spielen lassen, weil der kann ihn besser. Äh, der hat schon länger nicht mehr gespielt. Ja und? Oh, ich kann gar nichts machen, ey. Ich spiel, äh, mit denen ich mehr Club Club schwöre, weil es immer auf dasselbe hinausläuft. Die sind besser im Team als wir. Und da kannst du tun, was du willst. Dann fragen wir sie halt um einen Aram. Der Tor wurde zerstört. Ja, weil das ist ja echt gut, like hier, ne? Das kann ja jeder schreiben. Weil 13 zu 39 ist eindeutig. Finde ich jetzt nicht. Okay. Du findest es nie. Äh, 13 zu 40 ist nicht eindeutig. Liebe Zuschauer, schreib's doch mal in den Kommentaren. Ich hab schon mal ein 20 zu 80 gewonnen. Aber nicht Bronze gegen ein Goldteam. Ihr seid Bronze. Du auch. Ich bin Silber. Ja, mit allen Dingen. Mit den allen Dingen, das ist auch eine Bronze. Und außerdem, mit Leonheimer zu spielen, wo noch ein Stunler und dann zack. Das wird nicht fallen. Nicht fallen nämlich vom Himmel runter. Ja, der Ketscher amal. Pokémon. Schön sind wir. Wie sie dich loben. So ein Zucker. Da ist ja ein Rigolat. Zucker. Für den Film doch bitte. Ja, ja, er läuft bei mir. Jetzt den anderen. Ne. Ok. Der tötet dich jetzt. Und tot. Oh. Jetzt hab ich so einen Panzer. Dann sowas gegen die Sünde. Sondern was falsch ist. Ein Gegner wurde getötet. Hey, ist das das Comeback? Nein. 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 Die Antwort ist ein deutlich schwieriger Spiel. Aber es ist wenigstens keine Flamer. Oder so. Ja klar. Die flamen nicht, weil sie Winder lieben. Oh Mann. Das war mir mal jetzt täglich. Zu mir. Sie klicken ihn nach. So. Ähm, ich geh mal wieder worden. Gut gekämpft Kameraden. Sind das Bots gegen die wir spielen? Das hab ich mir aber auch schon gedacht. Hier auf die Syndra. Die geht abweg. Die geht abweg. Verdammt. Ich hab sie die. Nein. Verdammt. Was drück ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Geh auf den Darius. Ich komme. Komm von den Kameraden. Ich drück wieder ein 4 Stunz. Ich stun die alle und ihr sterbt einfach. Was ist das? Komm einfach zu mir. Ja weil ich 4 gedrückt habe. Wo bist du? Weil sie dich lieben will. Da bist du. Ich hab einen getötet. Ich hab meine Statistik jetzt wesentlich nach oben geschnillt. Okay das war's jetzt. Jetzt haben wir verloren. Ja. Oh Gott oh Gott. Habu ist super. Verloren. Wenn der mich jetzt Hurensohn genannt hat. Dann bring ich ihn um. Hehehe. 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 Oh man das sind Bots. Hehehe. 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 Oh Gott oh Gott. Hehehe. Heheheh. Heheheh. Also wenn die so schreiben sind die bestimmt nicht dreizehn die sind bestimmt 40 Hehehe ok. Leben im Keller, so wie ich, beim Dominik. Okay, die Hausverordnung in der heulenden Schlucht wurde angenommen. Sie leben im Keller von deinem Keller. Okay, dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der heulenden Schlucht. Ciao, Leute. Nein. Tschüssi. Ciao. Ciao.